Ich empfinde unsere Zusammenarbeit als sehr, sehr positiv und sehr angenehm. Ein sehr ehrlicher, direkter Mensch, das kommt mir sehr zugute, weil, das würde ich über mich auch sagen, dementsprechend kommen wir da schon mal sehr gut miteinander aus. Ich trainiere unheimlich gerne mit ihm. Er ist ein sehr fröhlicher Mensch, der mit uns sehr respektvoll umgeht. Man merkt einfach, dass er unheimlich gerne mit uns arbeitet. Und ich hoffe, das merkt er auch, denn das tun wir. Und ja, es macht wirklich viel Spaß. Es ist immer sehr viel Energie und Power im Training. Und ja, da fällt es einem auch leichter, dann einmal mehr noch in die Halle zu gehen. Zuckerschlecken ist nicht nur mit ihm, aber das ist genau das, was wir brauchen. Wie sagt man so schön? Ein bisschen Zucker und die Peitsche. Also das passt doch, denke ich, dann ganz gut.